Torwart? Lässt mich komplett kalt, chat. Ist ja auch nur Van der Saar gewesen. Zwei Schüsse aufs Tor, zwei Tore. Denkt man sich, na gut, müssten vielleicht gute Chancen gewesen sein. Hab mir gerade eben Van der Saar neu gekauft. Na, Icon. Was ist denn das mit deinem rechten Bein? Einer schreibt Eli Walk in den Chat. Guck mal, was ich für Tore schießen muss. Ich muss gefühlt ein Studium abschließen. Schiri. Schiri. Pfeif ab. Pfeif doch ab. Guck mal, es war klar, dass er nicht abpfeift. Und dann auf einmal Van Dijk, auf einmal kriegt Depay. Ja, warum sollte der ab? Hä, ich dachte 45. Nee, nee, nee. Komm, komm, komm. Ja gut, Kimpember. Ja, halt so, die Fresse, genau das will ich. Der Ball geht nicht. Und jetzt gibt der Rot. Der Ball geht nicht. Wo ist Cola, wo ist Cola? Ja, stell mal bitte deinen, Dankeschön. Ja, es ist interessant und gewöhnungsbedürftig, das tut es wirklich ganz gut. Der Lektar droht? Der hat doch gelb gezeigt. Kilian Mbappé, ich ficke mein Leben. Einfach Kilian Mbappé. Unfant, was? Oh mein Gott, Digga. Dieses Spiel ist so ein Bastard. Sag, du spielst dir das raus. Dienertal aus 8 Metern und Donnarumma holt den. Ach komm, wirklich. Das kannst du auch nicht ernst nehmen. Wirklich nicht. Du kannst es dir gar nicht besser rausspielen. Und dann muss das einfach ein Tor sein. Aber nein. 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 Aber das wird ein Tor. Das wird ein Tor. Nee. Also wirklich, du kannst dieses Spiel nicht ernst nehmen. Es tut mir leid, aber du kannst es nicht ernst nehmen. Du steh... Nee. Nee. Keine Lust mehr, Bruder. Ich werde heute so gescammed. Warum? Was habe ich denn gemacht, FIFA? Was habe ich gemacht? Martial, komm. Boah. Oh mein Gott. Das kannst du keinem erzählen. Ah ja. Geil. Ach komm, 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 ach komm. Oh komm, Gönnie, ey. Eine Special Card wäre so geil. Oh, Walkout? Bitte was Gutes. Argentinien? Ah. Oh mein Gott. Hä? Warte. Ach, der ist ja bei Paris. Lol. Ich habe Messi gezogen. Lol. Ich dachte gerade, ich habe die Barriere gezogen, weil PSD kam. Das wird der Bruch, Chat. Ich spüre es. Das wird noch der Bruch. Das wird der Bruch. Ich spüre, so ein Anstoß halt, Mann. Er hat die ganze Zeit keine Chance. Er kriegt Anstoß und auf einmal klappt alles, Digga. Willst du mal abpfeifen, Digga, du? Oh mein Gott, das wäre der doppelte Bruch. Wir sehen uns dann morgen, Tabs. Haut rein. Ey, das Spiel macht Spaß, Mann. Ehrlich, ich habe so viel Spaß an dem Spiel. Es ist so cool und so. Nicht aufregen. Cool bleiben. Ne, coolen Socke bleiben. Ehrlich, mach doch, mach. Ich spiele jetzt gegen FC Sevilla mit Galava. Es ist doch, es ist doch Spaß. Es macht doch Spaß. Wir sind echt. Ehrlich, es ist alles cool. Lass uns jetzt einfach mal wirklich zusammenreißen. Es ist ja ein Spiel, was Spaß machen soll. Ehrlich, es macht einfach Spaß. Ja, lass uns nicht aufregen. Es macht Spaß. Wir sind nicht gezogen. Wir spielen einfach das Spiel und haben Spaß dran. Die Tresse, Mann, ich spiele Scheiße. Da ist die Bumme geplant jetzt. Mach ihn bitte. Mann, Digga, warum brach er so lange? Ganz schnell davon, ganz schnell davon, ganz schnell davon. Ganz schnell davon. Bitte nicht. Jetzt kommt nicht mehr. Nein, 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 nein. Ärgerlich. Hast du kein Geld zum Kuscheln, damit es dir warm wird? Nö. Nö. Was ist denn das jetzt? Was ist denn das jetzt? Über 30 Minuten später. Äh, wie komme ich hier überhaupt raus aus dem Spiel? Spiel schließen. Ja! Oh mein Gott, ja! Let's go! Let's go! Nein, das ist auch nicht. Lelei, was sind das für Tore? Ist das schlecht, dieses Spiel? Nein, das ist auch nicht. Nein, das ist auch nicht. Ein grüner, oh mein Gott, oh mein, nein, oh mein, oh mein, oh mein, oh mein, hey, ich bin durch, Digga. Das ist nicht, nein, 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 nein Den hat nach vorne nichts mehr. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Let's go! Let's go, Alter! Geiles Sieg, Alter! Mann, nein, Mann! Dankeschön! Oh mein Gott, Ura! Bei Rolle geht halt PS... WTF? Hä? 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 Ist eigentlich auch schon wieder ein Clip für FIFA Deutschland. Was zum Fick macht Neuer da? Also wow! So Simon, ab in die Mitte mit dir! Da ist er! Terrone! Mach mal rein da! Da ist er! Boom Junge! Haha! Der macht den direkt! Hansi! Hol ihn in die Nationalelf! Da würde ich auch quitten! Guck mal! Zwei Minuten auf dem Platz! Zwei Minuten auf dem Platz! Zwei Minuten auf dem Platz! Egal! Wie gesagt! Hä? Hä? Was ist hier passiert? Oh, ist lange dunkel! Das ist immer eine gute... Was ist das denn? Das ist Nikone! Das ist Nikone! Oh mein Gott! Oh mein Gott, Dicker! Oh mein Gott! Was? Schwitzmann! Nicht absprechen! Das ist kein Elfmeter meine Damen und Herren! Rotes Timed Finish ist ab sofort OP! Roll! 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 Loll! Äh ja! Okay! Das wird man bei euch die Versorgung im Land sehen! Und auf sowas sind die Leute da noch stolz! 93% Ballbesitz gewinnen im Elfmeterschießen! Ja! E-Sports so macht die Weekend League komplett Spaß! So macht es Sinn! Alles gesehen! Digga! Ich wusste nicht mal, dass man von da schießen kann! Oh! Walkout! Wir haben ne Icon! Oh mein Gott! Nakata ist zwar schmutz, aber wir haben ne Icon! EA explain please! Also das ist damit das schlechteste was ich je gesehen habe! Da die Übersteiger! Und dann so komplett aus dem Lauf! Weak Foot! Komplett zentral geschossen! Was ist das? Was? Ha! Guckt mal! Wat the fck! Guckt euch den an! Links! Der Dombel ist er, glaub ich! Guckt mal! Ich will den Pass noch hinten spielen! jetzt stolpert warum stolperst du ab und klipp easy wer kommt mal zuerst oder wie das heißt ich bin ich bin professioneller fieber spieler ich nehme an der global series teil und als jemand der bei der global series registriert ist darfst du keine ergebnismanipulation machen im food champions und da die regeln noch nicht angepasst haben ist das immer noch bestand und wenn ich jetzt einen sieg verschenken würde wäre das ergebnismanipulationen für champions und wenn jemand im chat auge macht könnt ihr davon einen clip machen das an den ea schicken und dann würde ich in der global series eine späße bekommen